Bro, Digga, jetzt gib dir den verkackten Controller, Mann, Digga! Nein, nein, es reicht jetzt! Ey, ich hol gleich Mama, lass es doch einfach! Ja, Digga, Mann! Nein, 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 lass mich in Ruhe! Hältst du das? Jetzt sag doch mal! Warte mal! Scheiße! Ey, geh jetzt aus meinem Zimmer raus! Was willst du von mir? Ganz kurz, Leute, bevor es mit dem Video losgeht. Mich haben extrem viele Leute von euch einfach nicht abonniert, Leute. Deshalb würde es mich extrem freuen, wenn ihr euch vielleicht jetzt eine Sekunde Zeit nehmt und unten auf diesen roten Abonnieren-Button drückt. Dauert, wie gesagt, eine Sekunde, Leute, würde mich mega supporten. Also dreht euch der Nosekin-Army bei. Vergesst nicht, auch die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, Leute. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, ihr seht schon, es ist nicht so die beste Stimmung, wenn ihr wisst, was ich meine. Leute, ich weiß nicht, wie ich es hinbekomme, aber ich büggele da du ohne mit Vivi, denn ich habe wirklich privat versucht, mit ihr zu schreiben, mit ihr zu reden, mit ihr zu telefonieren, Leute. Lässt ihr mir irgendwie verzeiht, weil ich es eingesehen habe, dass es schon irgendwie ein bisschen Hack von mir war, sie zu streamsnipen und so, Leute. Deswegen, ich möchte mir einfach hier nochmal in Ruhe reden, das alles klarstellen und so und ich hoffe einfach, dass ihr mir verzeiht, Leute. Ich hoffe einfach, weil ich habe mit ihr so viel Spaß und so und ich wünsche, dass hier die Freundschaft beendet. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Sagen, ich nehme mich direkt, let's go. Ähm, Vivi? Ja, was ist los? Ach, ich wollte mit dir nochmal reden. Ähm... Über was? Willst du mich jetzt nochmal streamsnipen oder so? Wie? Ich glaube, du nimmst es ein bisschen zu ernst wegen dem streamsnipen, okay? Das war einfach nur ein Spaß, so. Das ist jetzt nichts Schlimmes, so, weißt du? Nein, für mich war das kein Spaß. Ich fand es einfach nur scheiße. Weißt du, ich bin voll enttäuscht von dir. Ich check dich nicht. Warum hast du es gemacht? Ich wollte dich einfach streamsnipen, so ein bisschen als Rache, weil, ähm, du mich so geprankt hast mit Angel und so mit den Geschwistern. So, das hat mich vorher halt getroffen, so, weil das kommentiert für mich war. So, weißt du, wie ich meine? Ich, ähm, wollte einfach ein bisschen Rache halt, so, weißt du, ähm... Ja, wow, ganz toll gemacht, ehrlich. Oh, Vivi, bitte. Ja, was? Vivi, ich will einfach schon mal, wir haben so viel Spaß gemeinsam sonst beim Zocken und so. Es macht so viel Fun, wirklich. Ich hab niemals so viel Fun wie mit dir, so, zu zocken und so. Und ich will nicht, dass du das jetzt einfach alles so hinwürfst, so. Ja, aber ich verstehe nicht, warum du mich dann streamsnipen musst. Es war einfach nur Rache, verstehe mich doch. Guck mal, dann könnte ich jetzt auch fragen, warum hast du mich geprankt, Digga? Ist auch so eine Frage, Lule. Ja, das war ja auch lustig. Ja, das war aber auch lustig mit dem... Also, nein, das war natürlich Kacke von mir. Ja, Vivi, bitte, bitte, verzeih mir bitte einfach, bitte. Ich will einfach nur wieder mit dir nochmal zocken, so wie früher. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh mein Gott, Leute. Mom. Leute, schreibt mir in die Kommentare, meine, sie verzeiht mir. Ich hoffe es einfach, Leute. Ich muss sie irgendwie wieder zum Lachen bringen, so wie früher, Leute. Wisst ihr, wie oft sie gelacht hat und so? Wir müssen hier lachen. Ey, Vivi, ähm, schau mal, wir sind nicht so nah an der Zone dran. Lass mal Zone-Move, was hältst du von mir, wenn ich dir einen epischen Sieg hole? Was hältst du davon? Wäre das nicht cool? Schaffst du das überhaupt? Hä, für dich schaffe ich das safe. Vivi, komm. Ich streng dich an, okay? Ich streng mich an, okay? Okay, versprochen. Ey, geh raus. Lass mich in Ruhe. Nein, geh. Geh doch jetzt einfach, Mann. Hä, Vivi, alles gut? Ja, alles gut. Äh, hä, soll ich das eine Runde rausnehmen oder was? Nein, 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 nicht du. Ja, du hast... Hä, wie nicht? Wer denn dann? Nein, 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 ähm, ich führe manchmal Selbstgespräche, weißt du? Geh doch jetzt einfach, Mann. Dicker, Vivi, wer ist denn da? Ich geh raus. Hallo, Vivi. Ja, niemand. Ich geh nicht raus. Wer redet mit mir? Wer redet mit mir? Nein, du sollst... Nein, 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 du sollst nicht rausgehen. Ja, aber du sagst jetzt... Du sagst jetzt, wenn du mir willst rausgehen, hä? Nein, ich rede doch nicht mit dir. Ja, aber... Ich hab doch gesagt, Selbstgespräche. Hä, Leute? What the fuck? Ja, Selbstgespräche. Nice. Hä, Leute? Bin ich los? Was soll das? Ich check grad gar nichts, Digga. Hä, Vivi, wollen wir tanzen? Komm, lass mir irgendwas tanzen, Digga. Komm, let's go. Hier, schnick, schnack, schnuck. One, two, three. Let's go. Okay. Oh, Mann, du hast gewonnen, Digga. Let's go. Aber ich komm, ich gönne den Sieg, Vivi. Oh, am Reboot-Wenn war einer, Vivi. Komm, ich will dir den Sieg versprochen. Komm, let's go. Ist mir egal, was Mama gesagt hat. Geh jetzt raus. Mann, ich zock mit jemandem. Geh doch. Digga, Vivi, willst du mich gar nicht wieder verarschen, Digga? Jetzt sag mir doch, was da ist, Digga. Niemand. Mann, guck mal, ich war schon wieder angeschossen. Ja, Vivi, da konzentrierst du dich mal auf das Spiel. Da konzentrierst du dich doch. Du willst den Win holen. Ja, ich will den für dich holen, aber ich frage mich, was zur Hölle mehr... Wer ist da und wer redet da mit dir? Er ist low, Vivi. Let's go. Du bist die Beste, Vivi. Oh, mein Gott, Leute. Natürlich bin ich die Beste. Und ich wäre so freundlich hier jetzt in Siko, Leute. Oh, mein Gott. Hey, Vivi, bist du die Zone? Kommst du schnell? Hey, wie bist du die Zone? Komm, let's go, let's go, Vivi. Ja, ja, ich komme. Oh, mein Gott. Hast du eigentlich einen Kill? Äh, ja, also ich noch nicht so, aber ich habe dir geholfen bei dem Typ gerade ebenso. Weißt du, ich wollte dich nicht abstauben, so deswegen, so weißt du, habe ich ihn dir gelassen, damit du ihn killen kannst, so weißt du? Ja, alles gut. Oh, mein Gott, Leute. Ich glaube, sie ist wieder ein Stück besser gelaunt, so. Aber ich check nicht, was sie da die ganze Zeit labert, wie mit irgendwie... Sie sagt, es ist so rausgegangen und sagt, sie redet nicht mit mir. Sie fühlt selbstgesprächende voll komisch, Leute. Ich check das gar nicht, Mann. Wir müssen jetzt mal in die Zone laufen, Leute. Vivi, die Zone kommt, Digga. Ihr müsst jetzt... Die Zone, wo bist du, Vivi? Komm, let's go, beeil dich. Hä, ich bin vor dir. Luda, bist du ja. Wieder bling? Ja, deine schöne abendet mich mal anscheinend, Vivi, weißt du? Oha, voll ist es nicht. Vivi, wer ist das? Vivi, wer ist das? Hä, Vivi? Äh, Vivi? Hast du mir was zu sagen? Hä, nein, warum? Wer war das gerade? Niemand. Äh, hä, ich verstehe nicht, was du gehört hast. Da war niemand. Vivi jetzt hier auf mich anzuflunkern, Digga. Wer ist das? Da hat doch gerade irgendjemand gesprochen, natürlich, Digga. Wie ist das? Niemand. Hä, das ist niemand. Ey, Vivi, tu mir bitte eingefallen, wenn wir hier irgendwie zocken, heimlich so, und irgendwelche Gespräche führen, Digga. Wer es nicht so nah ist, wenn, äh, da irgendjemand so heimlich mithört, so, weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott, nein, ich bin tot, ich bin tot, Vivi. Hey, ich verstehe dich, warum glaubst du mir denn nicht? Ja, aber da hat doch gerade irgendjemand gesprochen, Vivi. Nein. Nein, Leute. Ey, Vivi, können wir bitte nochmal schnell in eine neue Runde reingehen, Digga, bitte. Ich wollte dir noch den Sieg holen, weißt du? Ja, okay, können wir machen. Leute, ich bin der neuen Runde, aber Vivi, steht iPhone nur rum, Digga. Ich weiß nicht, wo sie hin ist, Mann. Und dann ist, irgendjemand redet den ganzen Tag mit dir, Leute, ich hab keine Ahnung, ey. Wenn, was ist, Leute, ich hab, nicht, dass jetzt irgendjemand mit dir Stress macht schon wieder oder so, oder? Vielleicht hat sie auch einen Freund oder so, Leute, oder? Ich hab keine Ahnung. Vivi, wo bist du? Wann kommst du denn wieder, Vivi? Ey, sorry, ich warte, ich muss so ganz kurz weg, ja. Ja, wo musst du denn hin? Was hast du denn schon wieder gemacht? Ja, nix, egal. Können wir vergessen, okay. Ja, okay, chillig dann. Ja, ansonsten, Vivi, war heute ein Tag, was hast du gemacht? Also, alles sonst cool bei dir, so? Ja, eigentlich ganz schon, ja. Hast du denn eigentlich, ähm, die, äh, äh, was du zufälligerweise irgendwie Blumen oder so bekommen? Also, ähm. Ähm. Hä? Was für Blumen? Ich weiß nicht, was du meinst. Welche Blumen? Wie, du hast keine Blumen bekommen? Ich hab keine Blumen bekommen. Ich weiß nicht, was du meinst mit, hä? Versteh ich nicht. Ja, warte mal, Leute, ich hab grad das doofle Gefühl, Digga. Ist ja so, ich hab hier Blumen geschickt. Das ist wieder gutmachend, so, Leute, so, weil ich ja ein bisschen Kacke gebaut hab. Stellt euch einfach vor, Digga, irgendjemand hat die Blumen genommen, Alter. Und die ist hier einfach nicht gegeben und irgendwie in die Tonne geschmissen oder so, Digga. Was soll das? Oh mein Gott, Leute, ich glaub, Vivi ist wieder irgendwie... Oh Mann, was soll das, Leute? Nicht das irgendwie... Oh, ich mein mal grad wieder versorgen, Leute. Hä? Ja, Vivi, ist doch egal mit den Blumen dann so. Aber sonst, lass doch ein bisschen chillen und so. Ähm, komm mal her, Vivi. Ja, Vivi, komm, let's go. Ähm, hast du Bock ein bisschen zu tanzen oder so? Wie ist das? Hä, ja, klar. Ja, komm, lass mal hochgehen. Hier ist voll eine gute Aussicht. Guck mal, ja, lass mal, schau mal hier. Mal, schau mal hier durch, Digga. Siehst du, dass du kannst dich dann beobachten? Hä, oha, wie cool. Nice. Vivi, was machst du da? Hä, was willst du? Was machst du? Nein, 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 lass mich in Ruhe. Sag doch mal. Wer ist das? Vivi, warte mal. Scheiße, Vivi, was ist das? Gib mir den Controller, wer ist das? Warte mal. Äh, wer ist da? Hallo, hallo. Wer bist du? Digga, die Frage ist, wer bist du? Und warum, was machst du mit Vivi, Digga? Wer bist du, Digga? Was zockst du einfach so mit meiner Schwester? Was für Schwester, Amina? Bro, Digga, ich zock mit ihr Blausturzikäte oder was, Digga. Und guck, was sie mich hier machen, Digga. Verpiss dich, Alter, was soll das? Ich habe gerade gesehen, was du mit dir machst. Lass doch meine Schwester in Ruhe. Oh, Leute. Sagst du, wer du bist? Seit wann hat Vivi einen Bruder? What the fuck? Ey, warte mal, warte mal. Der gibt doch Vivi jetzt einen... Ey, gib mir meinen Controller. Ja, gib mir doch Controller wieder, Mann. Gib mir doch bitte. Nein, Mann. Digga, was bist du für ein Bruder, Alter? Lass sie doch zocken, Alter. Digga, darfst du aber nicht mit anderen Leuten zocken, oder was? Leute, what the fuck? Was geht da ab, Mann, Digga? Was für ein Bruder sich hat, wenn ihr jetzt den großen Bruder hat, Mann? Vivi, bist du da, Mann? Vivi, sag bitte mal was. Vivi. Ey, gib mir doch jetzt mal den Controller. Was ist falsch bei dir? Vivi, nimm ihn doch einfach jetzt. Nein, was spielst du mit dem? Lass mich doch mit dem zocken. Bro, Digga, jetzt gib dir den verkackten Controller, Mann, Digga. Nein, nein, es reicht jetzt. Ey, ich hol gleich Mama, lass es doch einfach. Ja, Digga, Mann, ganz ehrlich, Bro. Ja, ich hol es, Mama. Digga, was zur Hölle ist dein Problem? Sie zockt einfach nur mit mir, Mann. Gib mir den scheiß Controller doch jetzt, Mann. Nein, gib ich ihn nicht. Digga, Leute, was ist denn da los, Alter? Ich schick grad gar nichts. Ja, Vivi, Vivi, Mann, was ist, wer ist das, Mann? Mann, was ist, Mann, was ist, Mann, was ist, Mann? Hast du einen Bruder, Vivi? Vivi, Mann, jetzt, wenn du mit den Controllers hast, einfach die Zone ignorieren. Doch einfach, Vivi, Mann. Ja, Digga, er ist nicht dein Dad oder deine Mom, Digga. Ich weiß nicht, Vivi, also... Er steht trotzdem in meinem Zimmer, das fuckt mich ab. Geh doch jetzt mal raus, was ist falsch bei dir? Digga, Vivi, hast du überhaupt irgendeine Privatsphäre oder so, Digga? Also, hat sich alleine zu trocken? Nein, der ist die ganze Zeit hier. Ja, und was will er denn? Leute, ich schenke mich, Digga, mit ihrem Bruder und so. Das ergibt erst gar keinen Sinn, Alter. Vivi, hört ihr mich, Digga? Sag ihr mal, der Arsch, dass ich jetzt aus seinem Zimmer verpissen, Alter. Geht ja gar nicht, Mann. Ach, die Oben sind Gegner, warte. Warte, 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 ich verstecke mich. Ich kämp' hier im Busch. Warte, Vivi, hier ist ein Gegner. Warte, warte, warte. Oh mein Gott, Mann. Vivi, ich wollte den Sieg holen. Sorry. Lass die Lobby gehen. Vivi, Mann, jetzt... Sag doch bitte was. Vivi, gib mir jetzt den Scheiß-Controller. Das reicht jetzt. Ey, geh jetzt aus meinem Zimmer raus. Was willst du von mir? Wie hilfst du eigentlich mit mir? Nein, tschüss. Hat er gerade ihre PS4 ausgemacht? Und sein Mann hat sie einen großen Bruder, Digga? Sie hat mir doch wie noch nie was von dem großen Bruder erzählt, Leute. Was ist, wenn sie das nur als Ausrede... Was ist, wenn es gar nicht ihr Bruder oder wenn doch oder... Hat sie ein Bruder... Hä? Mann, Digga. Wie kann ich mal eine Zocke, die Arme? Einfach, wie kannst du es nach Leffenen? Und du siehst.